Hallihallo, Hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Soul Server. Ich danke wie immer fürs Reinschalten und fürs fleitige Bewerten der letzten Folge und muss mich gleich bei euch entschuldigen, denn diese Folge hat keinen Ingame-Sound und diese Folge ist von mir nachkommentiert und auch im Nachgang ein wenig bearbeitet, was die Länge angeht. Denn durch das ganze Nachkommentieren habe ich mir gedacht, okay, diese ganzen unwichtigen Sachen wie zwischen einer Route jetzt hin und her laufen etc., die kürze ich mal stark ein, sprich die habe ich in ihrer Länge quasi verschnellert, also das Tempo erhöht und dadurch ist die wesentlich kürzer. Was ist in der letzten Folge passiert? Wir sind bei Mr. Pokémon hier angekommen, haben Professor Eich getroffen, den Pokédex erhalten und müssen jetzt zurück Richtung Rosalia City. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, warum die Folge keinen Ton hat, ich habe es wahrscheinlich in der Nachbearbeitung leider Gottes verpennt. Hallo Iris, es ist schrecklich, Professor Lindt ruft übrigens an. Ich weiß ja selbst nicht, jedenfalls ist es ganz, ganz schrecklich. Bitte, 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 du musst schnell zurückkommen. Ja, also Professor Lindt ruft uns an, wir müssen zurück nach Hause quasi zu Professor Lindt und irgendwas scheint passiert zu sein. Was? Das finden wir noch heraus, nämlich früh genug. Jetzt aber erstmal schön den Aprikobaum pflücken und jetzt merkt er schon, ich habe das Ganze jetzt hier stark, also ich habe das Tempo hier wirklich stark angehoben, sodass das recht flott geht, bis wir auch schon in Rosalia City sind, nämlich da kommen wir jetzt schon an. Und hier ist das Tempo wieder auf normal, denn hier passiert jetzt etwas Schönes. Wir treffen nämlich auf, das erste Mal auf unseren Rivalen. Wie er heißt, wissen wir noch nicht, du hast ein Pokémon aus dem Labor. Oh, ja, was für eine Verschwendung für ein Schwächling wie dich. Was ich damit sagen will, fragst du, wie deutlich muss ich denn noch werden? Dann erkläre ich es dir ganz genau, meine Pokémon hier ist auch nicht übel. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Was ich hier an der Stelle damals schon gesagt habe, also als ich es das erste Mal aufgenommen habe, ich finde es schade, dass wir erst so spät gegen unseren Rivalen das erste Mal kämpfen, denn dadurch ist Tom, unser erstes Pokémon, unser Karnimani, vom Level her wesentlich höher, weil wir es zwischendrin einfach schon trainiert haben, als das Endivio, sodass der Kampf wirklich keine Spannung mehr bietet. Schon gar nicht mit unserer Challenge. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Fand ich in Feuerrot zum Beispiel besser gelöst, weil man dort sofort gegen ihn gekämpft hat, gegen den Rivalen. Und hier muss man wirklich erst so ein bisschen spielen, damit man dann überhaupt mal gegen den Rivalen kämpfen kann und darf. Das habe ich hier, glaube ich, auch an der Stelle erzählt, deswegen das alles ein bisschen länger dauert. Ich habe hier auch Kratzer eingesetzt, wobei ich, glaube ich, im Nachgang erfahren habe, dass man da wohl eigentlich besser auch die Aquaknarre einsetzen kann, weil das Step-Bonus ist, aufgrund, dass wir ein Wasser-Pokémon sind und dann doch mehr Schaden macht, als eine normale Kratzer-Attacke. Hm, du hast gewonnen und 500 Poké-Dollar haben wir noch dazu bekommen. Das ist sehr, sehr schön. Wie dem auch sei, würdest du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, die die Leute schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Nö, das werden sie nicht, denn ich bin hier der aktuelle Pokémon-Feuer-Rot-Champ, mein Freund. Und ich werde auch der aktuelle Pokémon-Feuer-Silver-Champ werden. Gib mir das, das ist mein Trainer-Pass, den ich verloren habe. Er gehört mir. Hm, jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Und an der Stelle kann man sich den Namen für den Rivalen ausdenken, also zumindest gleich. Hier habe ich jetzt wieder vorgespult, sodass wir zurückkommen in unsere Heimat, ja, nach Neuburgia. Und hier habe ich kurz geschnitten und bin dann auch zu Professor Lindh rein, auf dem schon, also, der wartet schon auf uns, denn hier ist schon der Polizist, der mit uns sprechen will. Und die Ermittlungen gegenüber dem Pokémon-Diebstahl ermittelt, gegen unseren Rivalen. Denn den haben wir gerade getroffen, der hat ja das Endivir aus dem Labor hier geklaut vom Professor Lindh. Und wir werden als erstes verdächtigt vom Polizisten. Und da kommt die gute Lyra, unsere Freundin, und verteidigt uns und sagt, hey, das kann doch nicht gewesen sein, das ist der beste Kumpel. Und, äh, ja, wir können jetzt sagen, wir haben gegen unseren Rivalen gekämpft, also den Mann mit den roten oder den Jungen mit den roten Haaren. Und hier sollen wir uns jetzt den Namen für den guten Mann ausdenken. Und da habe ich eine ganze Weile gebraucht, weswegen ich hier auch geschnitten habe und mich dann schlussendlich für Boris entschieden habe, warum auch immer. Äh, ich habe heute erst wieder die Info bekommen, Mensch, Rambo wäre auch ein cooler Name gewesen. Im Nachgang definitiv. Boris ist einfach, ich habe keine Ahnung, wieso ich auf den Namen gekommen bin in dem Moment. Ich habe den einfach so rausgetroppt, ja, also seid mir da nicht böse. Ich habe das einfach, ich habe einfach intuitiv gehandelt. Äh, ja, der Polizist spricht dann ein bisschen weiter mit mir, fragt mich nochmal, ob ich ganz sicher bin mit dem Namen, also ob er wirklich Boris hieß. Denn so richtig weiß ich das, wie gesagt, nicht. Das ist das Schöne gewesen an dieser Edition, dass man sich ja wirklich auch einen rivalen Namen selbst ausdenken kann. Äh, von daher, ja, wir, äh, oder die Polizei versucht den jetzt aufzuspüren. Und, äh, wir sprechen jetzt im Anschluss wieder mit Lyra, die nochmal darüber erzählt, dass der Verdacht, naja, natürlich abgewandt werden konnte. Und, äh, ja, dass sie sich verabschiedet und wir uns später auf jeden Fall wiedersehen. Ziemlich kurz darauf sehen wir sie schon wieder. Das seht ihr auch gleich noch. Ähm, ja, Professor Lind spricht jetzt nochmal ein bisschen mit mir. Äh, sagt mir, oder nimmt jetzt wieder dieses Rätsel-Ei, was wir ja von Mr. Pokémon das letzte Mal, hieß er Mr. Pokémon? Ich glaube, ja, bekommen haben und, äh, nimmt das erstmal an sich. Sagt aber, nee, ja, genau, nimmt das erstmal an sich, um es, äh, zu erforschen, um zu gucken, was es damit auf sich hat. Und, ähm, schickt mich quasi jetzt auf eine Reise, auf die Reise des Pokédex-Vervollständigen und auf die Reise, dass ich alle acht Arena-Orten sammeln soll. Und, äh, ja, das bespricht er jetzt quasi mit mir. Sagt mir nochmal, was ich für ein geiler Trainer bin, für ein geiler Dude. Und, äh, sagt, dass ich mich bei meiner Mutti nochmal abmelden soll. Denn die macht sich ja dann Sorgen. Und, äh, ich soll ja deshalb das auch nochmal, äh, mitteilen, ja. Äh, äh, ja. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, sagt er mir das halt mit den Arenen. Mehr passiert jetzt hier auch nicht. Ich habe das jetzt hier an der Stelle nicht vorgespult, da ich überlegt habe, das Ganze auch nochmal vorzulesen. Aber das macht halt keinen Sinn. Ich mache das jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen locker flockig, damit ihr zumindest Part 3 mit meiner Stimme erleben konntet. Äh, was ja leider Gottes in der Folge nicht vorkam, äh, ja, habe ich mir gedacht, okay, ich kommentiere das zumindest nach. Wie gesagt, In-Game-Sound ist nicht vorhanden. Aber ihr habt zumindest ein kommentiertes Gameplay von mir. Ähm, da, und wisst zumindest, was in Folge 3 passiert ist. War nicht ganz so viel, in Anführungszeichen. Jetzt melden wir uns hier noch bei Mutti schön ab. Und, äh, ja, in Folge 4 geht es dann wieder richtig weiter, auch mit richtigem Sound, etc., etc., etc. So, wir melden uns jetzt hier bei der Mutti ab. Sagen, wir gehen auf Reise, mach's gut. Mit 10 Jahren, äh, verschwinden wir. Da lässt auch jedes Kind sein, äh, jede Mutti sein, mein, sein Kind, oder jede Familie, jedes Elternteil sein Kind in die weite Welt hinausziehen. Und, die fragt uns jetzt noch, ob, äh, sie für uns sparen soll. Sprich, da geht, ich glaube, die Hälfte unseres gewonnenes Geldes hier irgendwie auf so einen Sparplan über, den wir uns dann am Ende von Mutti abholen können. Habe ich abgelehnt, weil ich mein Geld immer brauche und das auch überhaupt nicht verstehe. Also, hier an der Stelle habe ich mich auch gefragt, ob das mehr wird, wenn die Mutti das Geld spart. Also, sprich, ob die das wirklich irgendwie auf der Bank anlegt und dadurch Zinsen ergeneriert werden oder so. Weiß ich aber nicht in dem Falle und habe das deshalb auch abgelehnt. Ich weiß auch gar nicht, ob man es im Nachgang vielleicht nochmal machen kann. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf große Weltreise, sprechen noch ein bisschen mit Tom. Der freut sich und treffen jetzt hier im hohen Gras in der ersten Route nochmal auf Lyra, die uns genau wie in jeder fucking Pokémon-Edition zeigt, wie man Pokémon fängt. Ich habe das Ganze auch hier wieder mit dem Tempo sehr, sehr vorgespult, weil das wirklich extrem langweilig ist. Und bin dann hier quasi die Route durchgegangen. Habe auch hier wieder ein bisschen mein Karnimani auch trainiert. Habe dann einen oder anderen Kampf gemacht. Wollte dann aber auch nicht gegen jedes Taubsee kämpfen, schon gar nicht auf Level 2. Habe hier das ein oder andere Mal mitgenommen, sodass wir jetzt, glaube ich, auf Level 9 kommen. Das Visorio haben wir noch kalt gemacht, genau. Und sind dann auch wieder nach Rosalia City zurück. Dann hatte ich hier noch einen schönen Grafik-Bug das erste Mal im Game. Muss man einfach nur mal kurz ins Menü gehen, wieder zurückgehen, dann ist dieser Grafik-Bug wieder verschwunden. Und ja, dann sind wir hier wieder hoch in Richtung Mr. Pokémon. Haben hier noch ein bisschen weiter gekämpft. Und sind dann schlussendlich hier auf die ersten beiden Trainer gestoßen. Nämlich hier diese zwei, ich glaube Rüppel sind es oder keine Rüppel, sondern, ich weiß es gar nicht. Ich glaube doch, ich glaube es sind Rüppel. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich die Kämpfe jetzt hier wieder im normalen Tempo gehabt. Teenager, Teenager, nicht Rüppel. Rüppel waren die anderen. Und habe jetzt hier quasi die ersten beiden richtigen Trainerkämpfe gehabt. Nach dem Trainerkampf natürlich gegen unseren Rivalen. Und bin dann hier ganz klassisch auf eine Aqua-Knarre gegangen. Radfahrts Level 4 ist halt hier auch mittlerweile überhaupt keine Herausforderung mehr für uns. Da wir mit Tom bzw. Karnimani bereits jetzt auf Level 9 sind. Also zweimal die Aqua-Knarre. Und das ist ein schöner Two-Hit. Reicht vollkommen aus. Und schon haben wir den ersten normalen Trainerkampf in Anführungszeichen. Hier in dieser Edition auch schon erfolgreich hinter uns gebracht. Ja, nicht sehr spannend. Und was hier noch in der Edition neu dazu kommt, wir können jetzt hier die Telefonnummer von den Trainern einspeichern. Die rufen uns dann unterwegs immer mal an. Diese Funktion gab es auch schon so ähnlich in Feuerrot und auch in Smaragd kamen die schon dazu. Ja, die rufen uns dann zwischendrin mal an, erzählen uns ihre Abenteuer. Man kann auch später mit denen, die rufen uns später auch nochmal an und sagen, hier, willst du nicht nochmal gegen mich kämpfen, das geht auch. Ja, ist eine ganz witzige Sache. Man muss die Nummern auch nicht einsparen. Ich mache das einfach. Ja, ist vollkommen gehubt wie gesprungen. So viel Erfahrungspunkt ist, bringen die erneuten Trainerkämpfe dann nicht. Und so viele Trainerkämpfe kommen da, glaube ich, auch gar nicht zustande. Zumindest war es in Smaragd so. Hier in SoulSilver weiß ich natürlich nicht, ob sich das Ganze genauso verhält wie in Smaragd. Ja, auch der zweite Trainerkampf, den wir hier bestreiten, der ist ziemlich einfach in Anführungszeichen. Keine Herausforderung und für uns ein Taubsi und ein Ratzfratz. Level 4, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Ich bin da auf eine Kratzerattacke gegangen und fertig. Carnimani bzw. Tom erreicht ja auch schon fast Level 10 und wir gewinnen 64 Pokedollar. Haben dann am Ende wieder den schönen Grafikpack hier, der warum auch immer entsteht. Ich weiß es nicht. Man kann den, wie gesagt, ganz leicht wegkriegen. Man muss mal ins Menü gehen oder man geht in ein anderes Gebiet bzw. in ein Haus. Dann verschwindet der wieder und dann hat sich dieser auch gegessen. Mehr ist in dieser Folge nicht passiert. Das sind jetzt knappe zwölf Minuten, die ich die Folge runtergeschnitten habe. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinsehen. Vergesst den Daumen in nördlicher Richtung bitte nicht. Das freut mich immer sehr. Den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und sehr gern für mehr Stuff noch auf meinem Instagram-Channel vorbeischauen. Der ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch allen jetzt noch einen wundervollen Tag. Bleibt alle schön gesund. Und bis zum nächsten Mal. Und dann auch wieder mit In-Game-Sound. Also, ich danke. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020